Es ist hier, um ihren Willen auszuführen. Mal rekuppeln. Eigentlich können wir uns drüben doch auch alle hinter den Tank stellen, oder? Ja, auch gerade durch den Kopf gegangen. Dann laufen wir halt alle zusammen. Da war es richtig. Dann rüben wir mal wieder. Dann rüben wir morgen wieder. OK, jetzt gehen wir weiter.